Heute ist Joel Weldon von Ferma Collective bei uns. Er ist ein erfahrener Synchronsprecher und ein ausgebildeter Lobpreisleiter. Joel und sein Freund Tom Magarditian haben Ferma Collective gegründet und bemühen sich, christliche Musiker und Lobpreisleiter miteinander zu verbinden. Ferma Collective haben gerade im Frühjahr ihr Debütalbum Songs for Every Soul herausgebracht. Bitte begrüßen Sie mit mir Joel. Hi Joel! Hallo, schön hier zu sein. Es ist schön, Sie zu sehen. Hallo zusammen. Sie und Ihr Freund Tom haben vor zwei Jahren Ferma Collective gestartet. Erzählen Sie uns etwas über Ihren Traum und was Sie beide erreichen möchten. Bobby, wir denken, dass es hier in Südkalifornien so viele Menschen gibt, die in der Filmindustrie, in der Musikindustrie und in der Medienindustrie arbeiten. Viele davon glauben an Jesus Christus und deren Wunsch ist es, ihr Leben mit Sinn für Jesus zu leben. Wir haben erkannt, dass es viele Menschen gibt, die bereit sind, aus ihrer Rolle auszusteigen und zu sagen, ich möchte etwas für das Reich Gottes tun. Und so ungefähr hat es angefangen. Sie selbst gehören zu diesen Menschen. Sie verdienen Geld mit ihrer Stimme. Sie sind Synchronsprecher. Wenn Schokolade ein Adjektiv wäre, dann wäre es ihre Stimme. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Sie ist wow. Dankeschön. Sie waren Schauspieler in Hollywood, haben aber Ihren Berufsweg verändert und machen jetzt Lobpreismusik. Sie haben also umgesetzt, was Sie gesagt haben. Stimmt. Eigentlich kommen Tom und ich wieder zurück zu unseren Wurzeln. Er hat mir geholfen, mein erstes Album als christlicher Künstler zu produzieren und vor vielen Jahren war ich auf Tour. Aber Synchronsprechen ist meine Leidenschaft. Rosetta Stone, der garantiert schnellste Weg, eine Sprache zu lernen. Nutzen Sie Rosetta Stone. Das war einer meiner Kunden für viele, viele Jahre, neben anderen Sachen. Ich liebe es wirklich. Das ist großartig. Sie haben ein großes Herz für L.A. Ich finde das sehr wichtig. Ich weiß, das ist nicht Ihre Botschaft, aber ich empfinde es so, dass Christen sich viel zurückziehen. Es gibt einen Rückzug auf allen Ebenen. Nashville ist ein gutes Beispiel dafür. Lasst uns aus L.A. weggehen und in den Bible Belt gehen. Ich weiß, dass das nicht Ihre Kritik ist, und an Nashville ist ja nichts falsch. Wir lieben Nashville. Ich liebe Nashville auch. Aber es fühlt sich so an, als ob die ganze christliche Musikindustrie dort hingegangen ist. Aber Sie haben sich entschieden, in L.A. zu bleiben. Ja, wir scherzen auch darüber, denn L.A. war mal sowas wie das Zentrum der christlichen Musik zum größten Teil. Sehen Sie, das wusste ich nicht. Ja, vor langer Zeit, aber dann haben alle christlichen Musiker LKWs gemietet und sind nach Nashville umgezogen. Aber ein Rest von uns ist immer noch hier. Wir sind Menschen, die Jesus lieben. Wir leiten immer noch Lobpreis in den Kirchen überall in Südkalifornien und überall im Land. Wir denken, dass es Möglichkeiten braucht für die von uns, die sagen können, das ist, was Gott für mich hat und wo er meine Talente, die ich habe, gebraucht, um einen Unterschied im Reich Gottes zu machen. Es ist beeindruckend und es funktioniert ja auch. Schauen Sie auf manche der großen Schauspieler, die zum Glauben kommen. Hatte nicht Justin Bieber gesagt, er würde gerne Pastor werden? Da gibt es offensichtlich einen kulturellen Einfluss. Ich glaube, dass die Menschen heute besonders in L.A. viel offener sind für geistliche Dinge, auch innerhalb des Christentums. Denken Sie nicht auch? Ich stimme Ihnen zu. Ich glaube, es ist gerade eine Zeit, wie wir sie nie zuvor gesehen haben. Besonders mit der medialen Durchdringung der ganzen Welt, alles, was passiert, und dein Handy hat die Story des Tages sofort verfügbar. Ich glaube, jetzt ist eine Zeit, in der wir sehen, dass Gott Dinge tut, Technologien und Beziehungen in diesen Medien gebraucht, wie wir es vorher niemals gesehen haben. Das ist eine wichtige Zeit für Sie, denn Sie haben gerade das Album Songs for All Souls herausgebracht. So heißt es doch, oder? Songs for Every Soul. Songs for Every Soul. Ja. Songs for Every Soul. Erzählen Sie von diesem Album. Wir haben ein paar Jahre daran gearbeitet. Tom und ich sind zusammengekommen, als Gott uns diese Vision gegeben hat. Wir haben gemerkt, dass da einige Leute sind, nach denen wir Ausschau halten wollen, um Collective zu starten. Auf diese Weise haben wir Lexi Jones dazu geholt, von dem Sie heute noch hören werden. Wir haben auch einen wunderbar talentierten Lobpreisleiter namens Matthew Scott, aber wir hoffen, dass wir mit den Jahren noch ein paar mehr dazubekommen, um daraus eine Gemeinschaft zu machen. Eine gottgewollte Bewegung, nicht nur auf Südkalifornien begrenzt, sondern überall verstreut. Die Dinge außerhalb der normalen Grenzen macht, die wir haben. Wir wollen unsere Begabungen so einsetzen, dass es wirklich einen Unterschied macht. Es ist wunderbar zu sehen, dass jede große Bewegung Ihre Musik hat. Schauen Sie auf die großen Bewegungen des Glaubens, Bürgerrechtsbewegungen oder andere Gruppierungen, die immer ihren eigenen Musikstil hatten. Wäre es nicht großartig, wenn Ihre Musik hinter einer großen Erweckungsbewegung Gottes in Südkalifornien stehen würde? Ja, Herr, lass es so passieren. Wissen Sie, könnten wir doch davon ein Teil sein. Musik ist für uns alle wichtig. Ich wette, dass nicht einer hier im Raum ist, der Musik nicht mag. Sie haben Lieder, die Sie besonders ansprechen, auf eine Art, die ein Gespräch nicht kann. Auch die Musik, die wir heute gehört haben, es ist so bewegend, es ist so kraftvoll. Es gibt uns die Möglichkeit, inspirierte Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu treffen, die wir normalerweise nicht treffen würden, hätten wir das nicht gehört und nicht erlebt. Es ist richtig. Joel Weldon von Firma Collective. Vielen Dank Ihnen. Was für eine Freude, Sie hier zu haben. Danke, Bobby. Es ist eine Ehre. Danke Ihnen. Danke. Gott segne Sie.